Jo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Retroplay auf dem Kanal Multiplayer mit mir, dem TGW. Heute gehen wir weiter in der Gaming-Geschichte, jedenfalls in der Retro-Geschichte und schauen uns einmal das allererste Super Mario an. Und zwar ist das Super Mario World für den Game Boy. Ihr seht, es ist noch in schwarz-weiß. Man kann auch... Was wollte ich hier sagen? Verdammt. Egal. Ihr seht, die Texturen sind auch ziemlich anders. Jedenfalls das, was man bisher so sieht. Ist ja logisch, ist er noch auf dem Game Boy, ne? Ach, scheiße. Die Steuerung ist teilweise auch echt ätzend, muss ich sagen. Weil der noch ein bisschen weiter nach vorne geht, wenn man die Taste schon längst losgelassen hat. Und ja, das ist tatsächlich ein Spiel, das 1989 erschienen ist. Also für den Game Boy rausgekommen ist. Und einige Dinge findet man auch in den neuesten Mario-Teilen wieder. Zum Beispiel die... Äh, diese Schildkröte, die da eben war. Die... Wie heißen die nochmal? Äh... Ach, ich hab grad keine Ahnung, wie die heißen. Die Goombas, die sehen noch ein bisschen eggisch aus. Und ja, hier gibt's tatsächlich auch schon Sterne. Und Pilze hatten wir ja auch eben schon gesehen. Die Musik von den Sternen ist allerdings... Äh, noch ein bisschen lustig. Also, ich find die... Ich find die gut, die Musik. Tatsächlich. Boah, das war knapp, ne? Hier ist ne Swings. Äh... In späteren Teilen machen die sogar auch noch was. Äh, Quatsch. In späteren Leveln. Komm ich hier schon rein? Nein, ich komm hier nur rein, wenn ich klein bin. Ja, das... Das hier ist jetzt das Ziel. Das ist auch... Uh, ganz anders. Scheiße. Äh, und zwar bevor wir ins Ziel gehen, müssen wir noch ein kleines Jump'n'Run machen. Das find ich echt cool. Also, wenn man unten reinkommt, hat man halt das Level geschafft. Wenn man oben reinkommt, hat man auch die Möglichkeit, extra Leben oder extra Items zu bekommen, wenn man jetzt hier sieht. Das muss ich an einer bestimmten Stelle anhalten. Ah, okay. Drei Leben bekomme ich dazu. Das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Äh, in diesem Super Mario ist es noch nicht möglich, das Level auszuwählen oder zu speichern. Von daher ist es echt sehr schwierig. Und das, was ich gerade habe, ist tatsächlich eine Blume. Nein! Das ist nicht dein Ernst. Da ist er nicht gesprungen. Das war eine Blume und und die funktionieren hier in echt noch sehr, sehr sonderbar. Also, da kommt ein Ball raus, der ziemlich sonderbar durch die Gegend hüpft. Diese Viecher da, die kennt man auch nicht in späteren Mario-Teilen. Also, die haben sie anscheinend rausgenommen. Das hier sind wieder diese Viecher und anstatt, dass die ihren Panzer droppen, kommt hier noch eine Bombe raus. Kennt man die Musik eigentlich in späteren Teilen? Also, das Weiteste, was ich bis jetzt geschafft habe, war Level 3, glaube ich. Rufen wir mal, dass wir es jetzt ein bisschen weiter schaffen. Verdammt, ich hätte noch ein bisschen warten müssen, aber egal. Ich habe es ja trotzdem geschafft. Hier sieht man jetzt nochmal die Blume. Man sieht keinen Unterschied zu vorher. Also, mit oder ohne Blume. Das ist auch ziemlich ätzend teilweise. Und ihr seht hier, kommt so eine komische Kugel raus und die hüpft ziemlich komisch rum. Also, das ist eigentlich, ich finde, oh, da wäre ich fast runtergefallen. Die finde ich eigentlich nicht unbedingt sehr praktisch. Kommt doch mal so ein Mist wie ich. So, das habe ich, dem habe ich es aber, oh, extra Leben. Okay, kein grüner Pils, den man bekommt. Könnte vielleicht daran liegen, dass es hier keine Farben gibt. Äh, nein! Egal. Wir haben ja ein extra Leben bekommen. Deshalb ist das an dieser Stelle sehr praktisch. Wie ich ja schon gesagt hatte, es ist 1989 rausgekommen. Für den Game Boy. Allerdings nur in Japan und den USA. Und 1990 ist es dann auch nach Europa gekommen, das Spiel. auch für den Game Boy. So, jetzt habe ich den Sprung geschafft. Sehr gut. Gucken wir mal, welche von diesen Viechern sind zwar... Ach, das könnten doch die Vorgänger von den... von diesen... Wie heißen die denn nochmal? Tut mir echt leid, ich kann diese Namen echt nicht. Äh, diese... Viecher, diese Wolken... Heißen die Lakitus? Ich weiß es nicht. Okay, meine Blume. Äh, diese Wolken, die diese... die die Stachelfiecher runterhauen, runterwerfen immer. So, das hier ist echt ein böses Level teilweise. Ach, guckt mal, hier ist sogar schon eine Blume. Die sehen auch echt sehr sonderbar aus. Muss ich sagen. Ähm, das ist das Level... Weiter wie das bin ich noch nicht gekommen. Glaube ich. Doch, das müsste das sein. Äh, hier sind auch Steine, die von der Decke fallen. Das finde ich echt ätzend. Und da kommen auch gleich neue Mobs hinzu. Ja, war klar, dass der runterfällt. Und zwar... Wartet ihr gleich sehen. So. Moment, hier müsste gleich eine kommen. Nein! Sie hat mich getroffen! Also, das Teil hat mich getroffen. Oh, da ist eine Sphinx. Genau das war es nämlich, was ich meinte. Hm, weg ist er. So gehört sich das nämlich. So, gleich müssten hier glaube ich nochmal ein Blöcke runterfallen irgendwo. Äh, unten gehe ich rein. Deshalb nämlich. Hehe. Häää! Nein! Boah! Sehr gut! Warum bin ich eigentlich vollständig klein geworden? Okay, ich habe eine Blume gehabt. Und... dann bin ich sofort klein geworden. Okay. Ähm, hier kommt auch gleich schon ein Endgegner. Was? Ziemlich ver... Kotschen, alter. Ja. Ja. Jetzt haben wir es eigentlich... Jetzt ist es eigentlich ziemlich unmöglich, das zu schaffen, weil ich klein bin. Das ist schon sozusagen... Also, es hat ziemlich Ähnlichkeiten mit dem Kampf gegen Bowser. Ja, ich habe es geschafft, Junge. Ja, hier. Ja. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Nein, nein, okay, Spaß. Ja. Da hätten wir das Level also geschafft, tatsächlich. Ähm, übrigens wurde das nicht von Shigeru Miyamoto. Oh, Peach. Oder ist hier schon Peach? Thank you, Mario. Daisy. Aha. Oh, ein Monster. Okay. Ach, scheiße. Naja, ich meine, besser zwei Leben als eins. Genau. Äh, viele Spiele von Nintendo wurden ja von Shigeru Miyamoto, oder wie hier auch immer ausgesprochen wird. Ach doch, in dem Level war ich wohl schon... Levy, genau. In dem Level war ich wohl schon mal. Boah. Ähm, so. Was ich aber sagen wollte, viele Nintendo-Spiele wurden ja von Shigeru Miyamoto ähm, also er hat die Aufsicht gehabt von, als die entwickelt wurden, diese Spiele. Und das war bei diesem ersten hier nicht der Fall. Da kommt man hier hin. Wieso kommt man da nicht hin? Naja. Ähm, hier wurde das, Moment, das muss ich kurz ablesen, von Gunpei Yokoi und Satohu Okada. Äh, die haben die Aufsicht von diesem Spiel hier gehabt, als das entwickelt wurde. Ähm, die Nachfolger von diesem Spiel sind Super Mario Land 2 6 Golden Coins, äh, wahrscheinlich 6 Golden Coins. Ähm, und danach kam Wario Land raus. Diese beiden Spiele, die habe ich auch, also die werdet ihr auch noch zu sehen bekommen. Es werden dann wahrscheinlich die nächsten zwei Videos von Retroplay zu diesen zwei Spielen. Musik finde ich übrigens echt gut. Das ist nicht mein Herz, das ist der nicht gesprungen, Alter. Boah, ist das ätzend. Gib mir deinen Stern, danke, Schild. Oh, ja, ich brauche einen Pilz oder so, ich will einen Pilz. So, hätten wir das. Ja, wie ihr seht oben, es gibt schon, oder, oh, gut, äh, das System, das ist bei 100 Münzen, ähm, nein, boah, ist das nicht mein Ernst, Alter. Das ist bei 100 Münzen, das, das gibt's doch nicht, dass man bei 100 Münzen ein Extra-Leben bekommt, das haben sie hier schon gehabt, das gibt's ja später auch. Also, das ist ja bei den späteren Super- Mario-Teilen auch drin, uch, ach, Checkpoint, oder? Nein, ich bin wieder da, wo ich vorher war, maaaan. Ja. Meiner Meinung nach ist es echt noch viel schwerer als die neuen Mario-Teile. Naja, nicht unbedingt viel schwerer, aber es ist doch schon, hat doch schon seine Ansprüche. Ähm, nein, hab ich jetzt keine Lust reinzugehen. Oh, ich hab's gleich geschafft, tatsächlich. Ja, wenn ich denn da hinkommen würde. Was ist denn das? Ich kann verarschen, Alter. Ey. War ich eigentlich gerade irgendetwas am Sagen? Am Erzählen? Was ist das denn? Äh. Ja, genau. Wie ihr seht, die Zeit ist auch schon mit... Ich geh jetzt an viel unten, weil ich mir egal jetzt. Äh, die Zeit ist auch schon drin, also wenn die Zeit abgelaufen ist, ist das Level abgelaufen und je mehr Zeit man hat, desto... Also die Zeit wird noch zu den Punkten hinzugefügt am Ende des Levels. Okay, ein Roboter. Die gibt es in späteren Mario-Teilen auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es die in den Nachfolgern schon... Äh, noch... Ob es die in den Nachfolgern noch gibt oder nicht. Habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie ihr sicher alle wissen, also wie ihr alle wissen solltet, wenn ihr schon neuere Mario-Teile gespielt habt, gibt es diese Art von Monstern oder halt... Wie heißen die denn da überhaupt? Monster sind das ja nicht unbedingt. Ähm... Gibt es die wie gesagt später nicht mehr. Verkauft wurde diese Spiele übrigens auch sehr, sehr gut. Die Zahl muss ich gleich mal wieder ableh... Boah, war das knapp, ne? Was ist das denn? Alter, das ist cool. Die können ihre Hüte verschießen. Äh, ihren Kopf meine ich. Ähm, genau. Und zwar wurde es 14 bis 13... Ne, Quatsch. 14,3 bis 20 Millionen mal verkauft. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wurde Tetris 100 Millionen mal verkauft. Also es ist... wurde schlechter verkauft als Tetris. Allerdings gibt es das davon... Wie ihr sicherlich alle wisst, gibt es das... Gibt es Mario immer noch und es kommen immer wieder neue Teile raus. Und es gibt auch Mario Kart und alles und... für ein DS und... Es gibt halt ganz viele Spiele inzwischen von Mario. Allerdings Tetris... Sag mal, kann ich ihn jetzt auch mal treffen? Mensch! Okay, den kann man anscheinend nicht treffen. Okay, nochmal so. Ich muss gerade sagen, ich war noch nie in diesem Spiel, als ich das gespielt habe. Ja, okay, ich habe es auch noch nicht lange gespielt. Und noch nicht besonders viel... Das ist nicht mein Ernst, oder? Boah, da wäre ich fast drauf gesprungen. Ich habe gehofft, dass hier ein Pilz rauskommt. Oh, gut, 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 sehr gut. Warum kommt hier kein Pilz raus? Finde ich echt ätzend. Okay, da... Boah, wie soll man das denn machen? Ich glaube, hier kommt aber wieder gleich ein neues. Dann halt nicht. Ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich versuchen soll, das weiter zu spielen, dieses Spiel. Ach, ein Unterwasser-Level gibt es auch schon. Das ist ja geil, Alter. Und ich kann auch schießen, das ist ja auch cool. Ach, du Kacke. Das ist sozusagen so ein Space Invaders, fast, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Oder wie heißen denn diese Spiele? Da gibt es so ähnliche Spiele, auf jeden Fall. Den Style haben wir, also das, das haben sie also auch mit reingenommen. Das finde ich echt cool, muss ich mal sagen. Und... Leckumio, Alter. Hat mich das Mistviech erwischt. Finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, dass man hier nicht äh, also dass das keine... Also dass man nicht da und schwimmen muss, sondern dass man hier einfach so, als ob man schweben würde, ist zwar ein bisschen unlogisch. Was finde ich praktisch? Gibt's nicht, Alter. Ach gut, das kann man zerschießen. Nein. Alter, ist das ein ätzendes Level teilweise, ne? Ich würde sagen, nein. Nein! Finde ich aber sehr gut, dass es anstatt Checkpoints, dass man dann, also anstatt, dass es Checkpoints gibt, dass man dann immer wieder an einer bestimmten Stelle spawnt. Finde ich sehr praktisch. Oh, guck mal hin. Äh, 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 Mario in Münzen geschrieben. Das kennt man ja in späteren Folgen auch. Dass die Münzen irgendwas schreiben. Oh, da kommt ein Endboss, oder wie? Ey, das ist ja geil. Ja, ich hab ihn besiegt. Jetzt? Was ist jetzt? Hallo? Ach so, ich muss da unten durchschießen. Okay. Also man sieht, die Aufmachung ist auch schon ähnlich. Man muss an dem Boss vorbeikommen, um so einen Knopf zu drücken und dann kommt dahinter irgendwas. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass da wieder Daisy oder so kommt. Genau, sage ich doch. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Ach, okay. Ist also immer das Gleiche wieder. Ah, okay. Nur immer mit einem anderen Gegner. Okay. Es finde ich ein bisschen schade, dass das immer das Gleiche ist. Und das hat sich ja lustigerweise sogar bis heute den neuen Mario-Teilen gehalten. Diese Art. Und die gibt's, also das ist ja heute noch so, dass dann dahinter irgendwie Peach ist. Und Peach wird dann von Bowser immer weiter weggezogen. Also diese Art ist also erhalten geblieben. und ja, ich würde sagen, das reicht, um euch ein bisschen einen kleinen Einblick in dieses Spiel zu verschaffen. Und ich denke, das für's erste genügt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wirklich noch einen zweiten Teil davon haben wollt. Ich denke, dass man das nicht unbedingt benötigt. Allein aus dem Grund schon, weil ich ja noch die nächsten Teile davon habe. Und ich denke, es ist interessanter, die dann anzugucken, anstatt dass wir versuchen, das hier durchzuspielen. Denn allein schon aus dem Grund, dass man nicht speichern kann und dass es keine Level-Auswahl gibt, würde das ziemlich nervig werden, wenn ich das versuchen würde, weiterzuspielen. Von daher denke ich, belasse ich es bei dieser Folge. Und schreibt mir bitte auch noch mal in die Kommentare, ob euch diese Art gefällt von Retroplay, dass ich ein bisschen Informationen über das Spiel raussuche und die während ich das spiele, dann noch mal raushaue und euch erzähle und ein bisschen Gaming-Entwicklung lernt ihr dann auch schon dabei und das so mit den Konsolen war. Und wenn euch diese Art gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das zeigt mir dann, dass euch das gefällt logischerweise. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach mal beim nächsten Mal wieder, wenn das heißt, entweder bei einem anderen Video, oder wenn es heißt Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Ja, dann würde ich sagen, bis dann, tschüss Leute. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.